Fast schon ein Jahr ist die Filiale der Sparkasse Oberösterreich in der Stadt Christkirchen das neue berufliche Zuhause von Gerald Klinger. Seit Oktober 2020 ist er 36-jährige Regionaldirektor Privatkunden von Christkirchen und Welsland. Als gebürtiger Christkirchner weiß Klinger um die Stärken der Region. Die Bezirke Christkirchen und Welsland sind eine wirtschaftlich sehr starke Region, die sich überdies mit einer hohen Lebensqualität auszeichnen. Einige namenhafte Leitbetriebe in Kombination mit vielen Klein- und Mittelbetrieben haben sich hier angesiedelt und schaffen Arbeitsplätze. Also das perfekte Umfeld für die Sparkasse Oberösterreich. Das Marktgebiet umfasst acht Filialstandorte. Unter anderem die Filiale Machtrenk, die mit einem völlig neuen Design besticht. Filiale der Zukunft heißt, dass wir hier nicht mit dem klassischen Bankschalter als Anlaufstelle Nummer 1 unseren Kunden bieten, sondern den Infopoint, wo wir unsere Kunden abholen, schnelle Beratungen in einer angenehmen Atmosphäre abwickeln können und dazu unsere Beratungsbüros mit dem neuesten Stand der Technik versehen sind. Zukunftsreiche Jobaussichten gibt es bei der Sparkasse Oberösterreich obendrein. Die Ausbildung von jungen Kolleginnen und Kollegen liegt mir besonders am Herzen. Vor einigen Tagen haben zwei Lehrlinge bei uns zu arbeiten begonnen. Im Team haben wir in Summe fünf Lehrlinge. Drei weitere Kollegen haben im Sommer ihre Lehrzeit bei uns erfolgreich beendet und unterstützen uns nun im Team der Sparkasse Oberösterreich als Kundenbetreuer. Gerald Klinger hat das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt. Schalter, Kundenbetreuer, Filialleitung. Nun ist es so, dass ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen für rund 26.000 Kunden zuständig bin und wir hier gemeinsam Lösungen finden, um ein gesundes Geldleben für unsere Kunden zu ermöglichen. Und was kann man dem jungen Regionaldirektor Privates herauskitzeln? Ich habe zwei Kinder, die natürlich den Hauptteil meiner Freizeit in Anspruch nehmen dürfen und das freut mich immer sehr. Sportlich bin ich im Fußball zu Hause. Ich habe früher selbst Fußball gespielt. Dynamisch, jung und erfahren. Gerald Klinger möchte mit seinem Team die Regionaldirektion Christkirchen-Welsland, der Sparkasse Oberösterreich, erfolgreich weiterentwickeln. Sowohl offline als auch online. So kann sich die Region auf eine vielversprechende Zukunft freuen. So kann ich ja so geben. So kann ich ja so sagen. Untertitelung des ZDF, 2020